okay ja das ist klar ja ich bin so einer der dauer aufnimmt und jetzt macht die auf meine kamera ich wette die hören die leute in der aufnahme hören uns bereits aber irgendwie spinnt das ding das ist halt die nackte wahrheit ja jetzt ist die kamera aber da herzlich willkommen zu einem fehlend let's play zu csgo weil ich einfach kacke in csgo bin wer ist das nicht naja wenn jede zweite lobby halt eine runde hacker bedeutet deswegen ja die runde startet in 3 2 1 spielbeginn und gewehre und das hier und ich weiß jetzt gar nicht bin ich bei fente bomb oder was was ich sagen wollte ich habe aber keine aufnahme zum beispiel gestartet trotzdem steht die aufnahme der wahnsinn alter da steht einer meiner mail und was ist und ich habe wieder geholt in so einem gut in csgo und da guckt er mich an deswegen spiele ich das spiel nicht so gerne ich wäre jetzt lieber bei dicks dabei wie heißt das bei planta bomb ne schade gta wär cooler planta bomb also das klassische 5 gegen 5 aber ich weiß nicht warum ich nicht die spielmodus jetzt anwählen kann sondern ständig in dieses rüstungs match komme ne kommt man da auch in eine offene lobby oder sowas ja ja das ist scheiße finde ich also in deine angefangene games kommst ist richtig gut genauso bei cod genau derselbe dreck ich hoffe aber warum die frage übrigens die stelle ich dir doch mal privat nicht nicht zack headshot yo du kannst doch nicht schneller sein als ich das ist nur ein ding ach jeder ist schneller wie du jedenfalls im bett ja und der holt mich der war jetzt wirklich gut undurch da ja eigentlich das ne ohja du hast es richtig drauf aber nicht im bett wenn ich es jetzt nicht drauf habe lassen wir mal dahingestellt aboid rose willkommen im stream wie gehts wie stehts grüße zurück nach rottweil oh ich bin nur ein verrecken dominiert sie weil keine ahnung ich finde es gut dass du dich selbst als noob bezeichnest man soll ja auch selbst über sich mal lachen können ja ne ich sag zwar selbst noob aber ich reg mich eigentlich auf weil es nicht läuft weißt du wenn ich im css bin bam 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 dann mache ich so eine 100h serie locker ohne also ich sterbe höchstens 2-3 mal also ok ja und er holt mich natürlich so aber csgo ich treff nicht awoid rose wie gehts wie stehts nach was sagst du denn ich stehe direkt vor mohamed aber vor mohamed ja der nannte sie mohamed ali aber mohamed wollte nicht sterben warum auch immer das ist ein punkt den ich an steam zum beispiel total hasse ja dass man seinen namen ändern kann aber das hatten wir ja auch schon das thema ne ja das heißt namen ändern ne aber ja doch das thema hatten wir schon ja ja wenn ein message kommt du hast freunde ja ich habe keine freunde weil ich nie eine nachricht bekomme ein mitleids ohr ist das jetzt aber wirklich krasses mitleids ohr das ist ja eher so ein gestöhntes ohr oder was ist halt eine vorurteilung mit der art von zwei seiten ich kriegst ja schon eingeschlafen ja ich stehe direkt vor dem schiff mehr auf ihn als ich meine freundin jemand besamen könnte aber zwei geholt nein direkt zwei auf einmal geholt sind ich schaffe es noch ins ziel diesmal ausgetrickst ey das war wirklich in letzter sekunde diesmal schon wieder er wollte rosen oder rose wie wird dann ausgeschrieben ausgesprochen oder er wollte rosen er kommt das rennen ist schon nicht schlecht muss man schon gestehen dann machen wir noch das rennen ausgegangen wie geil durch dem money droppen und hermache und robben jetzt die perfekte musik drauf jetzt mache ich die platz und nein wir nehmen diesmal nicht am tag definitiv nicht fahndungslevel machen wir natürlich ein heute ist aber weekend da kann ich ein bisschen länger weil die kids ja auch ein bisschen länger schlafen bis jetzt sind sie natürlich noch nicht war ich wäre normalerweise schon 34 wach gewesen power rangers time ja früher als ich so vier sechs jahre alt war da liefen die power rangers die uhrzeit du weißt dass wir früher einen kaiser hatten ja was einen kaiser hatten einen kaiser hatten ja ich treffe ihn kopf ja aber er wohl nicht soll ich glaube du würdest mich rollen war vergeset nicht mit mir würdest du dich verarschen alter ich fliege am checkpoint vorbei ein millimeter daneben warum macht der mate denn nichts ach du soll dran vorbei geflogen und er jammt in meinen shot rein möchtest du meinen namen haben lucky schuss soll ich mir mal ausleihen ja das ist der glück damit hat hat muss meinen elm verlangen ihr müsst nicht einschlafen ihr könnt ruhig schreiben schlaf ein kleiner chat schlaf ein alles klar gönn dir von osterhasen ehrlich ich dachte vom weihnachtsmann ne weihnachtsmann bin ich nicht so ein fan von ich mein hasen sind süß ja bei weihnachtsmann ist es der Vater gesteuert oder es ist doch das alter ja zu jung wow wieder zwei geholt ja ich gut darf ich sie nicht sagen ich bin irgendwo bei 2 vor hier ja und da weh mir die scheiß Mutti wieder aus Keks und wir töten uns ne wie konnte er mich von der Position aus treffen ja klar die mit einer schwulener K ja ey ich schlaf gleich ein tust du nicht wo muss ich noch ein stückchen lernen nehmen instant 10 stunden still macht das denk ich mir auch mal so wenn ihr musikwünsche habt ausrufezeichen request song und den link von youtube in den chat eingeben ja 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 das war dann die runde kiste danke auch mal dafür danke auch mal dafür ich hab ne kiste ich hab ne kiste yeah meine erste kiste im csgo wie scheiße ist das bitte ja jetzt musst du nur noch das geld zum öffnen haben ja das war